guten tag meine damen und herren und herzlich willkommen im voraussichtlichen letzten neunten ligaspiel denn es geht um den pokal den aufstieg haben wir schon safe und ja was war das für ne kiste im letzten spiel dennis hat da ausgerastet der ganze team ist einfach ausgerastet so ist schön so wird auch der captain reden er sagt ja alle sind ausgerastet brons hat gute vorlagen brons hat auf lange rohre geguckt und leno alles klar und das war es alles klar haben wir gewonnen ne ich glaube wir haben nicht gewonnen ich guck mal so freunde da sind wir wieder das spiel ist gerade abgebrochen die leute sind rausgegangen also wir sind jetzt im ersten spiel in liga 8 das hat schon gezählt deswegen jetzt volle konzentration also ernsthaft jetzt ist alles wieder auf null ja und brons ist weg brons was machst du denn brons mann während egal es hat nichts geklappt ja aber dann sagt das doch damit wir wenigstens eine reaktion war dass er gewungen hat also den ball haben will was ist hier los mann so lange sagen die leute was ist denn das jetzt eine schede mitte gerettet alle oder war meine jetzt kommen lassen wir jetzt kommen jetzt haben wir können es doch müssen so ein bisschen konzentrieren wie bei raymo kennt er doch ja klar Ja, Alter! Tim ist doch gleich! Du bist verwesst! Geh schnell! Hallo, gelbe Mann! Oh, da liegt er jetzt erstmal! Major, bist du nur da oder soll man... Soll man Osterhase rufen? Wo ist der Major überhaupt? Ja, wahrscheinlich kann er grad nicht sprechen, weil er irgendwie... Er ist da, Mann! Die Fans mit seinem Grund sind... Majoriii! Kommt jetzt, Mann! Dennis! Zack! Lauf, Alter, lauf! Okay, Major, hier! Pass auf, Major! Major, Major! Ja, der ist gut! Major! Boah! Der war super nice! Boah! War das? Hat er aber, ne? Schön, Leute! Wir haben da! Hä? Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen den Kopf nach oben kriegen, hier! Was viele ja nicht wissen, ein kleines Geheimnis über Curry! Die Leute mögen das ja immer ein bisschen, so dirty stories von Curry! Oh, oh, da geht sie! Der Curry, der hat früher seinen Kanal ja schon länger... Der hat früher seinen Kanal genannt... Wie Leno? Ja, das hat man noch nie gehört, stimmt! Ne, das ist echt so, ne? Kennt man gar nicht! Alter, was ist hier grad los, Mann! Alter! Leute! Hä, weißt du, besser abwerten, ne? Oh, das ist scheiße, Mann! Wie heißt der? Warte mal, Curry! Brett Yvonne! Ja, ne, ne, da brauchst du jetzt gar nicht springen, Alter! Nee, komm, der wollte grad passen, Mann! Ja, auf jeden Fall! Der stirbt mit zu 120 kmh! Hä? Hä? Achso! Okay! Der rennt zum Tor, ey! Ich dachte, der klappt gut nicht! Kommt, Leute, Alter! 2 Nomen! Die Keule! Ich mach einer, Curry, komm! Nein, 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 lass jetzt safe spielen! Ja, ich hätte euch doch einen! Du kannst doch besser spielen, als ich! Zack! Oh, nochmal! Oh, Nurhan! Ah, ich wollte doch nach vorne! Omo! Pippmann! Lomo! Lomo! Der macht's alles alleine, ja! Das ist echt so! Lomo Oblata! Kommt jetzt! Pah, das gibt's aber auch nicht, ey! Oh, geil! Ich lebe wieder, Mann! Ich lebe wieder, Mann! Ich lebe wieder! Der ist aber gespawnt, ey! Komm! Auf, 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 auf! Ah, die sind echt schnell! Schön! Aber der ist echt schnell! Der spielt irgendwie alleine! Kann das sein? Das ist doch kein anderer! Guck mal! Ach, haben die nur unterschiedliche Zahlen, oder was? Oh, jawoll! Nimm die andere mit! Nice! Schön, Nenno! Lauf, lauf, lauf! Ah, da wurd's dann ein bisschen zu eng! Aber wir haben nicht mal 20 Minuten gespielt, Alter! Wir haben noch genug Zeit! Ja! Ach so, schade! Wollte ich das erste Mal, dass wir drei Tore machen, ne? Deswegen also, go! Ja, nice Curry, hast du den auch noch mal rausgeboxt da? Oh, ich wollte nicht da hin, Mann! Okay, wir sind, ich bin grad ein bisschen zu nervös hier! Puh! Einmal, einmal durchatmen, ne? Wie bei der Geburt! Oh, nice, Bronze! Werden denn? Komm, komm, komm! Das ist grad aber richtig! Jawoll! Bronze! Schön! Toll! Oh, das gibt's doch nicht! Nice! Fuck! Nice fuck, ey! Nice fuck, Baby! Der rennt aber auch, ne? Das ist krass, ey! Ups, Baby! Ups, Baby! Wir können auch darauf haften, dass er... Dass ihm die Puste auskommt! Oh, warum denn immer da hin, Alter! Ich will da doch gar nicht hin! Weiter raus, da aus! Gibt's doch nicht, ey! Weiter raus, da aus! Decken, Decken, Decken! Ja, immer hinten stehen bleiben! Das bringt ja nix! Der Typ ist aber auch überall, oder? Ja, der rennt sich aber auch fest, ne? Ja, irgendwann muss er immer gut sein, ne? Das wird niemals gut! Junge, der spielt doch eh nicht ab, Alter! Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, das ist schon ein guter Spieler! Komm! Jawoll, Nennung! Nice! Oh! Das gibt's nicht, ey! Ja, aber der nimmt den sich einfach, weißt du? Was soll er sonst machen? Der geht hin und sagt, beansprucht! Warte mal, Patrick! Oh, der ist gut! Boah! Schön! Boah! 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 Alter, sah aus wie Hand, ey! Was? Hand! Hans! Oh, nein! Hinter, hinter, hinter! Hans-Peter! Alter! Boah! Ich dachte, der geht rein! Okay, vor der Halbzeit müssen wir eigentlich noch mal treffen, ey! Wir müssen eigentlich noch mal treffen, ey! Wir müssen eigentlich noch mal treffen! Wir müssen noch mal Soccer World spielen! Ness! Hasse! Nintendo Soccer! Oh, Mann! Aua! I'm dead! Putze! Soccer World, Ness, weil der wollte sich spielen! Wann, warum bist du so heute hinten? Ja, ich redecken muss, Alter! Nein! Du brauchst Ausdauer! Ja! Weil ich lauf hier halt nicht die ganze Zeit, also ich lauf immer ganz locker immer, weißt du! Der Typ, Alter! Der ist echt, boah, schwierig zu spielen, Alter! Jawoll! Nicht so lange warten, ey! Ah, scheiße, ey! Okay, nice, 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 nice! Nochmal! Curry! Nein, Mann! Diese scheiß Abseits! Das gibt's doch nicht, ey! Das war so knapp, Mann! Wir haben aber auch ein Pech, ne? Weil das ist Abseits-Pech! Das war die erste Abseits-Fälle, die richtig gut gezogen hat diesmal! Boah! 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 Alter, der! Ja, als ob der, als ob der ging, als, ich zieh die ganze Zeit, weißt du! Was hat der für Werze? Ja, ihr brauchst da nicht mit 12.000 Leuten! Ja, aber so funktioniert's ja nur! So, jetzt mach mal ein bisschen Platz hier! Ruhig, ruhig, ruhig! Jawoll! Nochmal! Ja, nice! Komm, der muss jetzt sein, Alter! Der muss jetzt sitzen! Ja! Nee! Ja! 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 Ich werd's wirklich im Spiel, Alter! Vor der Halbzeit das war so wichtig! Komm, ich komm jetzt noch mal, Türenschen, nationalen Illegarspiele! Hat der Oliver Karlow noch... Faktration, faktration! Komm weiter, ey! Wir können ja facken! Wir haben eigentlich nur den da! Wenn wir den ausschalten dann... Ahl... Ja! Ja! Lass das viel als würdest du es nämlich ausschalten! Haben wir, haben wir, haben wir! Ja, Bonzer, die Terminator-Tormaschine. Oben! Komm, vor der Halbzeit nochmal hier. Nimm mich in den Mitte! Okay, das ist so. Da. War jetzt böt. Schöne No. Was? Ach, Schiri, ey. Wo zeig ich denn überhaupt? Ach, das kann sein jetzt. Kann das auch mal nicht mehr an. Decken, Decken. Decken, frische Decken. Och, mach doch jetzt. Der will bestimmt passen oder so. Ist mir doch scheißegal. Auf jeden Fall, Alter. Pieper. Ja, natürlich. Ey, das gibt es nicht. Die sind echt gut, ey. Und das war schon wieder ein Foul? Ja. Tatsächlich haben wir es hier mit einem Foul zu tun. Jetzt siebenst du Bia Foul? Pass mal auf, was der jetzt da raushaut für den Freischuss, ey. Ja, komm. Fein. Okay, 1 zu 2. Wir brauchen einfach nur ein Tor oder zwei. Geiler Kröner satt und selber gemerkt hat in dem Moment, oh. Oh Mann, ey. Komm, jetzt ran an die Schleuder da. Wir müssen nur diesen Spieler da mit Mandek irgendwie ausschalten. Irgendjemand müssen wir eigentlich haben, der da die ganze Zeit bei dem ist. Das ist der da unten, ey. Der Sarraza da, ey. Wir müssen den Ball ausschalten, ey. Sarrazin. Sarrazin. Ach. Komm, Alter. Was gibt es nicht, was der macht, Alter. Alter, Alter. Weg damit. Nö. Alter, ich dachte, der geht immer hin. Weg damit, wenn ich den Ball nicht hab. Ich wollte nur sagen, einfach weghauen, Alter, wenn du ihn hast. Warum am Major sein 100%igen, Alter? Komm, jetzt. Jawoll, los, Alter. Komm, Lerno, komm. Hey, auf jeden Fall. Ja, klar. Einer wieder den zurückzieht. Rot, Junge. Ja, rot war das nicht, aber wieder den zurückzieht, Alter. Sind wir jetzt hier im Knast oder das? Ja, jemand anders? Was soll ich machen? Geh mal rüber, die Kolle. Komm, mal einfach hier rüber, hier oben. Komm, Alter, die Kolle. Komm schon. Oh Gott. Wäre besser gewesen, wenn du Drenge gewesen wärst, weil du größer bist. Ja, ja. Wandendeckung. Hier oben. Den hast du, den hast du. Ja, ja. Warte, auch nicht. Scheiße. Warte, doch. Warte, auch nicht. Der sucht jetzt schon wieder den anderen, weißt. Der will da wieder rüber spielen, damit er den nur anspielen kann, Alter. Da ist er. Der bleibt eh am Ball jetzt. Der pretty. Der Walle, oder? Er kann noch niemals so gut sein, Mann. Der hat viel zu krasse Skills. Wieso denn nicht? Du, ich mein sein Pro. Jawohl. Da war er einmal mal nicht dran. Eine Pille. Komm. Hau, eine Pille. Ich bin auch drin. Hau rein. Runden lang? Oder auch nicht. Ah, schade. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Das war Schluss. Kommt schon, Leute. Wir sind ja die Muffelsmann. Wir kommen zurück. Ich glaube, es ist sogar blubbert hier. Der ist abgedampft. Locker, locker. Oh, locker, locker. Oh nein, oh nein. Ich opfache mich. Ich opfache mich. Mehr, Alter. Ich springe sowieso. Ich komme zu dir. Komm, komm, komm. Die Mädchen da vorne nicht jetzt. Ah, abseits. Ah, Mann ey. Deckel, Mann, Decken, Leute. Weg drauf gehen, ey. Will wieder rüberspielen. Jawohl, nice. Yo. Komm, Dennis. Hey. Ich habe den verloren. Soll ich es denn machen? Was soll ich es denn machen? Ich bin echt jetzt. Ich bin, du Idiot. Ich wollte nur mal die Fakten aufzeigen, ja? Hochwert hier. Jawohl. Wir müssen da echt zusammenarbeiten. Letzte Station hier. Nice, komm, Leno. Nice, nice, nice. Bitte, bitte, bitte. Hier oben. Genau. Was machst du denn, Alter? Ich wollte doch zu dir, nicht zu Bernd. Ja, aber nicht mit Ypsilon. Das sind viel zu riskante Bälle, die wir gerade spielen hier. Geil, nicht zu Bernd. Der holt halt immer einen Foul raus, ne? Wir brauchen die sicheren Bälle. Wie die Möppels. Tschüss, Alter. Das ist echt ein Luger Pro, Mann. Krass. Das ist Premiere Pro. Weg damit, jawohl. Drauf, drauf, drauf. Als ob. Jawohl, nice. Komm jetzt. Dem hätte ich es zugetraut, dass er anfängt. Komm, komm, komm. Der Kopp zieht sich dann so lang. Junge, jetzt krieg ich wieder Minus, weil ich auf der Mann an Flügel bin. Schön. Als ob mein Typ der den Ding jetzt macht. Jawohl. Jawohl. Okay, lauf, Mann. Flanke. Bitte, 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 bitte. Jawohl. Komm, nein, coming. Oh, ist ein Schwach. Verdammt. Was macht der? Der weiß nicht, wohin. Der will auch umhinspassen wieder. Ja, Ben, klar. Komm, 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 komm. Ah, ich habe ihn, es war zu spät. Ah, nein, jetzt fielst du da oben hin. Decken, wir müssen den decken. Der macht's alleine jetzt. Ah, geht drauf, komm. Ja! Jawohl! Dennis! Alter, das gibt es doch nicht. Der verarscht uns echt wie sonst was hier, ne? Tut mir leid, aber ist auch irgendwie lustig. Der Curry, der verarscht uns wie sonst was hier. Hör mal, Rainer. Er ist ja so, komm, nochmal. Oh Gott, yes! Oh Gott, ich hab den Verstand, Alter! Major hat wahrscheinlich schon Haare ausgefallen da gerade. Das Bad ist raus. Nirvana, ey. Major ist im Universum unterwegs. Guck mal hier um. Nochmal. Ah, ist zu spät. Oh! Boah. Hey. Hey? Sag doch was! Was ist das denn? Abseits, abseits, abseits. Zehn Minuten noch. Ich wollte ja sagen. Kassel wieder simuliert. Ach komm Schiri, Mensch. Ich freu mich so auf Rogue One, Alter. Hä? Boah. Oh nein, ey. Boah. Der Pfeffert am Auge. Alter, das Spiel ist heute, da kannst du ja heute echt in die Tone kloppen, ne? Hast du die hier vorne? Vom Decken, vielleicht geht noch ein Tor. Wenigstens ein Punkt. Ja. Lars Button hat dies Punkt. Wieder die, ey. Ein Angriff. Wir können das. Ja. Jawohl, schön. Komm noch mal, noch mal. Jawohl. Sauber, sauber, ich bin da, ich bin da. Jawohl. Jawohl. Doch. Bist du noch? Bist du noch? Mittig. Ah. Mensch. Boah, der wäre denn der ein paar Meter vorher gewesen wäre. Ja. Sieben, achtzigste Minute, achtzigste Minute. Boah, du kleiner Pisser, ne? Ohne Witz. Jawohl. Nice. Mit dem Kick mitgenommen. Tools and do it alone. Komm, komm, komm. Oh. Ich hab noch Energie, Mann, komm. Nee, kannst vergessen, das war's. Mann, ist das ärgerlich. Die können eigentlich gar nichts, ne? Die spielen halt nur zu zweit und dann zack. Die können nichts? Also, ich glaub, die können schon viel. Ja, weil der da ein bisschen tricksen kann. Die Abwehr steht von denen auch perfekt, weil die halt zu zweit sind. Und einer spielt alle und die steht immer perfekt. Das heißt, wir müssen unser Team ausdünnen hier. Jo. Das war's. Das war der K.O. Der K.O. Das war der Simulierungsschuss. Ja, so kann man halt mal in Liga 8 starten, ne? Das ist schön. Ach, Mann, ist das ärgerlich, ey. Komm, mach. Da hängen die Köpfe runter. Gucken auf den Boden. Tränen fließen. Machst du nix, äh. Können trotzdem Anstoß machen, ne? So. Das ist. Ich dachte, der Ben ist dran. Jo. Ja, warten wir nix. Also, man muss auch mal sagen, kann hier passieren, boah. Jo. Hm. Man nimmt den, wie den nimmt, ne? Wie den kommt, äh, und wie der geht. Hast du, ich guckst du? Und dann fliegt den weg. Alles klar. Zweites Ligaspiel wird anders. Komm, das wird besser, Mann. Ja, das geht wieder bergauf, ey. So. Haut rein. Ciao. Wir fascinated dir. that shit. Wo字 f plugst du? Hey, hey, hey. Ba ja! Hoo! 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 Bis zum nächsten Mal.